...beruflichen Werdegang, und zwar vom Schiedsrichter zum Diakon. Das ist der nicht ganz alltägliche berufliche Werdegang von Konrad Plautz. Fußball-Fans werden sich an diesen Namen noch erinnern. Ehemaliger FIFA-Schiedsrichter war zum Beispiel bei der Euro- bei der Europameisterschaft 2008 im Einsatz. Morgen wird er im Innsbrucker Dom zum Diakon gemeint. Konrad Plautz hat sich als Schiedsrichter einen Namen gemacht. Als Seelsorger kennen ihn aber wohl nur wenige. Der 58-jährige Wiptaler engagiert sich schon lange in der Pfarrgemeinde, leitet Wortgottesfeiern. Das kommt nicht von ungefähr, der Glaube wurde dem gelernten Werkzeugmacher praktisch in die Wiege gelegt. Wir sind als Kinder schon sehr gläubig erzogen worden. Das war früher einfach so. Wir sind vor jedem Schulbesuch in der Früh, wir müssen Kirchen gehen, in die Kirche, Sommer, Winter, egal ob ein Meter schnell war oder halben Meter. Wir waren immer da, das war einfach Pflicht, auch sonntags. Wenn man heute schaut, leider Gottes fallen die Kinder in alle Pfarrer, nicht nur bei uns da, wo sonntags also in die Kirche kämen. Und der Glaube hat mich auch immer begleitet an meiner sportlichen Laufbahn. Also ich habe immer Fahrernspiel an Rosenkranz gebetet, weil ich fest überzeugt war, dass mir Gott hilft. Und er hat mich nie in den Stich lassen. Nach einer mehrjährigen Ausbildung mit einer Gruppe von Gleichgesinnten beginnt für Konrad Plautz nun die Arbeit als Diakon. Er ist einer von 71 berufenen und amtlich bestellten Diakonen, der Diözese Innsbruck. Ich werde auch in der Wyss tätig sein als Pfarrkoordinator. Ich werde ja dann auch noch die Caritas und das alles ein bisschen. Bin auch beim Vinzenz-Verein in Wiptol engagiert. Das heißt also, die Aufgaben werden ein bisschen mehr werden wie vorher. Aber wie gesagt, alles nur nebenzu und also nichts Hauptberufliches. Und wenn ich da bin, bin ich da, dann hilfe ich den Leuten auch gern. Und wenn ich mit Fußball unterwegs bin, bin ich halt außer Landes. Konrad Plautz verteilt zwar keine roten Karten mehr, er bleibt im Fußball aber als Schiedsrichterbeobachter erhalten. Und auch für Hobbys wie das Laientheater möchte er noch Zeit haben. Wenn wir wegen Ihnen, dem Flugversammeln, aber nachher, aaaaaaah! Der neue Arbeitsplatz.